Es gibt zwar viele Hilfen für die häusliche Pflege, aber vielleicht seid ihr an einem Punkt angekommen, an dem die Pflege zu Hause leider nicht mehr möglich ist und ein Pflegeheim für alle die beste Lösung wäre. Aber Pflege im Heim ist sehr teuer, sodass ihr euch jetzt wahrscheinlich fragt, wie viel zahlt die Pflegeversicherung? Was tun, wenn wir den Eigenanteil nicht bezahlen können? Und ab wann müssen Angehörige eigentlich zahlen? Willkommen bei Betacare, der Informationsplattform rund um die Themen Krankheit, Soziales und Recht. Ich bin Joshua und auf diesem Kanal klären wir euch jede Woche über die Leistungen und Hilfen auf, die euch zustehen. Also einfach zweimal klicken und immer informiert sein. Hier bekommt ihr Antworten auf diese Fragen. Wann zahlt die Pflegeversicherung für den Pflegeheimplatz? Wie viel zahlt die Pflegeversicherung genau? Was ist eigentlich der Eigenanteil an den Pflegeheimkosten und wie setzt er sich zusammen? Wie kann Wohngeld den Eigenanteil an den Pflegeheimkosten verringern? Und wann unterstützt das Sozialamt beim Eigenanteil mit Hilfe zur Pflege? Außerdem haben wir noch Tipps zum Bayerischen Landespflegegeld und zum Pflegeunterstützungsgeld für euch. Wann zahlt die Pflegeversicherung für den Pflegeheimplatz? Leistungen der Pflegeversicherung fürs Pflegeheim müsst ihr bei der Pflegekasse beantragen. Die Pflegekasse zahlt nur dann, wenn ein Pflegegrad festgestellt ist und wenn die Vorversicherungszeit erfüllt ist. Das bedeutet, dass ihr innerhalb der letzten zehn Jahre mindestens zwei Jahre in der Pflegeversicherung versichert gewesen seid. Bei Kindern ist sie erfüllt, wenn mindestens ein Elternteil die Vorversicherungszeit erfüllt. Wenn ihr als pflegebedürftige Person oder Eltern sie nicht erfüllt, zum Beispiel weil ihr vorher im Ausland gelebt habt, könnt ihr vielleicht Hilfe zur Pflege vom Sozialamt bekommen. Aber dazu später mehr. Zuschüsse fürs Pflegeheim bekommt ihr außerdem nur bei sogenannter Heimbedürftigkeit. Dieses stellt der medizinische Dienst fest, wenn bei euch die Pflege zu Hause nicht möglich ist, nicht reicht oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt. Pflege zu Hause könnt ihr übrigens mit teilstationärer Pflege in Einrichtungen zur Pflege oder Betreuung für ein paar Stunden am Tag oder über die Nacht ergänzen. Wenn das die Pflege sichern kann, wird der medizinische Dienst keine Heimbedürftigkeit feststellen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist eigentlich mit Besonderheiten im Einzelfall gemeint? Hier sind ein paar Beispiele. Es gibt keine private Pflegeperson, die die Pflege übernehmen kann oder dazu bereit ist. Ihr seid als Pflegeperson trotz aller Hilfen mit der Pflege überfordert. Ohne Pflegeheim droht Verwahrlosung. Das kann zum Beispiel passieren, wenn der pflegebedürftige Mensch eure Hilfe nicht annimmt. Die pflegebedürftige Person gefährdet sich selber oder andere. Das kann zum Beispiel bei Demenz oder bei psychischen Störungen der Fall sein. Dann zahlt die Pflegekasse Zuschüsse zum Pflegeheim. Der Fachbegriff dafür ist vollstationäre Pflegeeinrichtungen. Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen und Einrichtungen der Behindertenhilfe sind keine vollstationären Pflegeeinrichtungen. Wenn ihr oder euer Angehöriger nicht in einem Pflegeheim, sondern in einer Einrichtung der Behindertenhilfe lebt, zahlt die Pflegekasse keine Leistungen für vollstationäre Pflege. Die Einrichtung bekommt ab Pflegegrad 2 eine Pflegepauschale von höchstens 266 Euro pro Monat. Wie viel zahlt die Pflegeversicherung? Zuschuss der Pflegeversicherung. Wie hoch der Zuschuss der Pflegeversicherung für die vollstationäre Pflege im Heim ist, hängt von dem Pflegegrad ab. Hier seht ihr eine Liste mit den Zuschüssen im Jahr 2023. Bei Pflegegrad 1 bekommt ihr nur den Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro und könnt ihn als Zuschuss zu den Pflegeheimkosten verwenden. Bei Pflegegrad 2 zahlt die Pflegekasse 770 Euro dazu, bei Pflegegrad 3 sind es 1.262 Euro, bei Pflegegrad 4 sind es 1.775 Euro und bei Pflegegrad 5 sind es 2.005 Euro. Der Zuschuss ist für die reinen Pflegekosten gedacht. Übernachtung, Essen und die restlichen Pflegeheimkosten bis auf den sogenannten Leistungszuschlag müsst ihr selber bezahlen. Dieser gerade erwähnte Leistungszuschlag verringert ab dem Pflegegrad 2 euren Eigenanteil für die Pflegekosten. Die Pflegekasse zahlt umso mehr, je länger die pflegebedürftige Person im Pflegeheim ist. Im ersten Jahr sind es 5 Prozent des sogenannten einrichtungseinheitlichen Eigenanteils. Im zweiten Jahr 25 Prozent, im dritten Jahr 45 Prozent und ab dem vierten Jahr sind es 70 Prozent. Der Leistungszuschlag steigt ab dem 01.01.2024. Mit Blick auf die steigenden Eigenanteile ist das eine Maßnahme, die Pflegebedürftige wie auch Angehörige finanziell entlasten soll. Die Pflegekasse finanziert neben dem Zuschuss und dem Leistungszuschlag für die vollstationäre Pflege auch zusätzliche Betreuung und Aktivierung im Heim. Das machen zusätzliche Betreuungskräfte, die beispielsweise für mehr Zuwendung sorgen und den Austausch mit anderen Mitbewohnenden fördern. Was ist der Eigenteil und wie setzt er sich zusammen? Der Eigenanteil sind die Pflegeheimkosten, die ihr selber tragen müsst. Er ist von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich hoch. So setzt er sich zusammen. Als sogenannte Hotelkosten bezahlt ihr die Unterkunft und Verpflegung im Pflegeheim. Die Investitionskosten bezahlt ihr zum Beispiel für Arbeiten am Gebäude und Reparaturen der Einrichtung. Mit dem sogenannten einrichtungseinheitlichen Eigenanteil zahlt ihr eine Pauschale für alle Pflegekosten, die nicht von der Pflegekasse übernommen werden. Die Abkürzung dafür ist EEE. Die Höhe ist von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich. Aber innerhalb eines Pflegeheims immer einheitlich, egal welchen Pflegegrad ihr habt. Die einzige Ausnahme ist der Pflegegrad 1. Wenn ihr diesen habt, müsst ihr die ganzen Pflegekosten selber zahlen, weil ihr nur den Entlastungsbetrag von 125 Euro pro Monat von der Pflegekasse bekommt. Wohngeld und Pflegewohngeld. Auch wenn ihr im Pflegeheim lebt, könnt ihr Wohngeld beantragen. Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zu den Kosten für Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen. Das Wohngeld bezuschusst die Hotelkosten im Pflegeheim, wenn ihr innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen liegt und kein erhebliches Vermögen habt. Im Wohngeldgesetz steht keine genaue Summe, ab wann euer Vermögen erheblich ist. Als Richtwert gelten aber im Moment ungefähr 60.000 Euro für eine Einzelperson. Das Wohngeld wurde Anfang 2023 deutlich erhöht, sodass ihr vielleicht jetzt ein Recht darauf habt, obwohl es euch die Wohngeldstelle vielleicht in der Vergangenheit abgelehnt hat. Pflegeheime sind sehr teuer und, wie gesagt, finanziert die Pflegekasse nur einen Teil davon. Wohngeld bekommt ihr normalerweise nur, wenn ihr selber genug Geld habt, um die restlichen Kosten bezahlen zu können. Also zum Beispiel, wenn eure Rente dafür ausreicht. Wohnt ihr in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern? Dann bekommt ihr eventuell Pflegewohngeld für die Investitionskosten der Einrichtung, wenn ihr euch diese nicht leisten könnt. Hilfe zur Pflege für den Eigenanteil. Es kann sein, dass euch Wohngeld nicht ausreicht, damit ihr den Eigenanteil fürs Pflegeheim bezahlen könnt. Dann könnt ihr beim Sozialamt Hilfe zur Pflege beantragen. Diese gehört zur Sozialhilfe und ihr bekommt sie, wenn euer Einkommen und Vermögen und das eures Partners oder eurer Partnerin nicht für den Eigenanteil an den Pflegeheimkosten reichen. Das Sozialamt rechnet das Geld eures Partners oder eurer Partnerin unabhängig davon ab, ob ihr verheiratet seid oder nicht. Es kommt nur darauf an, ob ihr noch zusammen seid. Wenn ihr Eltern mit einem minderjährigen pflegebedürftigen Kind seid, rechnet das Sozialamt euer Einkommen und Vermögen und das eures Kindes bei der Hilfe zur Pflege an. Gezahlter Unterhalt von Angehörigen wird euch bei der Hilfe zur Pflege immer als Einkommen angerechnet. Behalten dürft ihr nur bestimmte einkommensfreie Beträge und das Schonvermögen der Sozialhilfe. Wenn nach dem bürgerlichen Gesetzbuch unterhaltspflichtige, ehemalige oder getrennt lebende Partner oder unterhaltspflichtige Elternteile von minderjährigen Pflegebedürftigen keinen Unterhalt zahlen, bekommt ihr Hilfe zur Pflege, aber das Sozialamt holt sich das Geld von diesen Angehörigen in der Höhe des Unterhalts zurück. Das nennt sich Unterhaltsrückgriff. Kinder von Pflegebedürftigen oder Eltern von volljährigen Pflegebedürftigen sind auch oft nach dem bürgerlichen Gesetzbuch unterhaltspflichtig. Wenn sie keinen Unterhalt zahlen, kann sich das Sozialamt aber normalerweise auch kein Geld von ihnen zurückholen. Das wurde mit dem sogenannten Angehörigenentlastungsgesetz eingeführt. Nur wenn das Sozialamt erfährt, dass ein Kind oder Elternteil eines volljährigen Pflegebedürftigen mehr als 100.000 Euro Jahreseinkommen hat, kann es sich die Hilfe zur Pflege in Höhe des Unterhaltsanspruchs zurückholen. Meistens müsst ihr euch also beim Antrag auf Hilfe zur Pflege keine Sorgen machen, dass eure Kinder belastet werden. Auch als Eltern von Erwachsenenpflegebedürftigen müsst ihr meistens keine Angst haben, die Pflegekosten eures Kindes zahlen zu müssen. Fragt ihr euch jetzt, wie erfährt das Sozialamt, ob ein Kind oder Elternteil so ein hohes Jahreseinkommen hat? Das Sozialamt fragt euch meistens schon im Antragsformular für die Hilfe zur Pflege nach dem Beruf und teils auch nach dem Einkommen eurer Angehörigen. Hier dürft ihr nicht lügen, aber was ihr nicht wisst, könnt ihr natürlich auch nicht angeben. Wenn ihr aber zum Beispiel ein Kind haben solltet, das als sehr gut bezahlte Führungsposition eines großen Unternehmens bekannt ist, kann das Sozialamt sich auch direkt an das Kind wenden. Hilfe zur Pflege für die gesamten Pflegeheimkosten. Wenn ihr keinen Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversicherung habt, weil ihr die Vorversicherungszeit, von der wir euch vorher erzählt haben, nicht erfüllt, könnt ihr Hilfe zur Pflege für die ganzen Pflegeheimkosten bekommen. Das Sozialamt übernimmt dann auch den Anteil an den Pflegeheimkosten, den sonst die Pflegeversicherung zahlen würde. Anders als die Leistungen von der Pflegeversicherung ist die Hilfe zur Pflege aber auch für diesen Teil der Kosten einkommens- und vermögensabhängig. So wie wir es vorher auch schon beschrieben haben. Vorrang der häuslichen Pflege. Wie bei den Leistungen der Pflegeversicherung fürs Pflegeheim bekommt ihr Hilfe zur Pflege auch nur dann, wenn die Pflege zu Hause entweder unmöglich ist oder nicht in Betracht kommt. Die häusliche Pflege ist also normalerweise immer vorrangig. Wenn aber die Pflege zu Hause dem Sozialamt teurer käme als die Pflegeheimkosten, zahlt das Sozialamt das Pflegeheim auch dann, wenn die Pflege zu Hause eigentlich noch möglich wäre. Wenn die Pflege sich nämlich nicht anders sicherstellen lässt, muss das Sozialamt auch die Sachleistungen der Pflegesicherung für die häusliche Pflege durch Pflegefachkräfte im notwendigen Umfang aufstocken. Und das kann schnell teurer werden als ein Platz im Pflegeheim. Taschengeld und Bekleidungsbeihilfe. Als pflegebedürftige Person im Pflegeheim steht euch ein Taschengeld und eine Pauschale für Kleidung zu. Das Taschengeld liegt im Moment normalerweise bei 135,54 Euro. Ein höheres Taschengeld bekommt ihr, wenn das Pflegeheim Teile eures notwendigen Bedarfs nicht abdeckt. Zum Beispiel, wenn es keine Vollverpflegung anbietet. Ein niedrigeres Taschengeld oder gar kein Taschengeld gibt es, wenn ein pflegebedürftiger Mensch es auch nicht mehr nutzen kann. Zum Beispiel, ein Mensch, der im Koma liegt, kann auch nichts mehr kaufen. Bayerisches Landespflegegeld. Noch ein Tipp für den Fall, dass ihr in Bayern wohnt. Ihr könnt das Bayerische Landespflegegeld beantragen. Das sind Einkommens- und Vermögensunabhängige, 1000 Euro pro Jahr. Und was ihr damit macht, könnt ihr frei entscheiden. Ihr bekommt es ab dem Pflegegrad 2 und könnt es auch für die Pflegeheimkosten verwenden. Anders als das Pflegegeld der Pflegeversicherung, das es nur für Pflege durch Privatpersonen zu Hause gibt. Pflegeunterstützungsgeld. Ihr wisst nicht, wie ihr neben der Arbeit einen Pflegeheimplatz organisieren sollt? Als berufstätige Person von einer oder einem nahen Angehörigen habt ihr ein Recht auf kurzfristige Freistellung von der Arbeit für bis zu 10 Arbeitstage. Währenddessen bekommt ihr Pflegeunterstützungsgeld von der Pflegekasse des pflegebedürftigen Menschen. Ihr könnt das für die ersten Tage nutzen, während ihr einen Pflegeheimplatz organisiert. Ab 2024 gibt es das Pflegeunterstützungsgeld jährlich für 10 Tage und nicht mehr nur als einmalige Leistung. Künftig könnt ihr es also zum Beispiel auch nutzen, um in der Zeit einen Platz im Pflegeheim zu organisieren, wenn ihr es bereits in der Vergangenheit für die Organisation der häuslichen Pflege verwendet habt. Wir hoffen, dass ihr euch jetzt gut informiert fühlt. Zum Abschluss wollen wir euch noch unseren kostenlosen Pflegeratgeber mit vielen Informationen über Pflegeantrag, Pflegegutachten und Pflegeleistungen ans Herz legen. Einen Link zu unseren Ratgebern findet ihr unten in der Videobeschreibung. Viele weitere Videos zum Thema Pflege findet ihr hier in unserer Pflege-Playlist. Schaut dort gerne mal vorbei. Falls ihr noch Fragen oder eigene Erfahrungen zu diesem Thema habt, macht uns doch eine Freude und schreibt diese in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer BetaCare Team.